Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress. Das ist die Version. Oh, da ist was im... Ah, da sind Edelsteine in der Band. Okay. Äh, nicht ablenken lassen. Da geht's runter, da geht's hoch. So. Muss mich immer noch an die Maussteuerung ein bisschen gewöhnen. Okay, wir haben den fast leer. Und dann noch eins raus. Ist vielleicht besser. So. Ja, wir haben jetzt das Hauptproblem. Hier wäre Sand. Und hier wäre immer noch Limestone. Und hier ist Clay. Okay. Ach, es stimmt so zoomig. Äh, ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Tut mir leid. Und hier wäre auch Sand. Und hier ist immer noch Kalk. Hm. Also, ja, werde ich das ein bisschen umplanen. Ich wollte eigentlich hier die... Hm. Okay, dann kommt hier schon die Kaserne und alles hin. Das ist dann wahrscheinlich praktischer. Äh. Was sind das eigentlich noch für... Ah, so kann ich mir Rampen anzeigen lassen. Okay. Und so kann ich Wasser numerisch anzeigen lassen. Ah. Ja. Okay. Also so wie es früher ist. We center the deepest... Äh. Ach, der unterirdische Fluss. Okay. Gut, 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 gut. Surface. Okay. Also ist es ja doch kein so großes Problem mit dem... Farming und so. Ist die Frage, wenn ich noch eins runtergehe, ist hier Lohm. Und hier ist Sand. Okay. Hier wäre halt Clay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier unsere Küche dann errichten. Also eigentlich will ich hier die Speisekammer... Äh, den großen Speisesaal, den Festsaal errichten. Äh. Allerdings werde ich ihn dann wahrscheinlich da noch eins tiefer legen. Und hier Küchen und so errichten. Und ja, hier oben dann die Kasernen und alles. Also ja, erstmal hier draußen... Gehen wir doch wieder eins näher, dass wir ein bisschen mehr sehen. Will ich hier eine Zone errichten. Okay, das will ich nicht mehr angezeigt bekommen. Und zwar ein... Pen-Paste-Shop. Hätte ich gerne hier. So, dann möchte ich, dass die beiden dort reingesetzt werden. Gut. Dass die mir nicht verhungern. So, dann möchte ich weiter planen, bitte. Also erstmal brauchen wir noch einen Stockpile. Das hier ist ein Food-Stockpile, genau. Und... Hier drüben machen wir noch einen Stockpile für alles andere außer Food. Stein... Und Holz. Ups. Äh, Ball. Wieder. Also, gut. Ach ja. Äh... Refuse. Auch bitte kein... Bitte keine Steine. Und bitte kein Holz. So. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt... ...eins nach... ...unten. Und fangen mal an zu planen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Das sind dann zwei zu viel. So, dann hätte ich nämlich gerne hier. Ah, das sieht nicht so gut aus. So. Äh, ja, machen wir mal das hier. Ups. Eins weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwölf. Irgendwie sieht das komisch aus, oder? Ah, ich habe vergessen zu gucken, wie ich das früher hatte. Aber ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Eins, zwei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Wobei wir dafür noch eins runter sollten, erst mal. Ich überlege gerade, wie wir das am besten planen. Vor allem nicht so, mach das alles nochmal weg. So, wir gehen jetzt erst nochmal eins runter. So, dann wären das Upboard, Downboard, Stairs. Und das dann die Upboard, Stairs. Gut. Dann planen wir das hier, weil hier errichten wir unsere erste Industrie. Hier sollte eigentlich die Festhalle hin, habe ich ja gesagt. Und die bauen wir dann eh anders auf. Also Festhalle, Küchen und so. Wobei gehen wir noch eins runter gleich. So. Dann machen wir nämlich hier die Küche und die Brauerei hin. Also erstmal ein kleines bisschen Gang. Dass es nicht gleich in den großen Raum endet. Anders als hier oben. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Fünferbreite. Und eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Wo ist jetzt die Mitte? Bei 15. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier wäre die Mitte. Also wäre das hier unser Zwischengang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Eins, zwei, drei, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dann brauchen wir glaube ich keine so großen Lager. Ganz so sicher bin ich mir jetzt da auch nicht. Weil wir brauchen auch eine Butchery und eine Tenery. Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, fünf. Ist jetzt die Frage, Butcher und Tenner auf der Seite und Brauer und Koch auf der Seite? Das ist jetzt die gute Frage. Und ja, dasselbe eigentlich hier unten nochmal. Eine Seite Holz, andere Seite Stein. Und ja, wir können immer noch in diese Richtung erweitern. Halt, wenn wir brauchen. Das wäre dann hier, hier. Machen wir erstmal das hier fertig. Ja, so sehen, haben ungefähr immer meine großen Hallen ausgesehen. Also die Lager an den Seiten und die großen Hallen. Die ich ja jederzeit erweitern kann. Ja, machen wir es so. Das heißt, nochmal eins runter gehen. So, dann kann ich das genau so kopieren. Das ist praktisch. Sicher, dass ich da nicht eins zu weit bin? Ups. Ah, hier muss ich hin. Nochmal abziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 14, 15. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 14, 15. Ja. So, dann brauchen wir den und das. Da weg, da weg. So, dann können die erstmal die beiden Sachen aushüllen. Äh, während ich hier noch sage, sie sollen nichts außer Refuse akzeptieren. Erst einmal. Und dann legen wir mal wieder los. Mit unseren Zwergen. So, erstmal Store-Item in Stockpile. Und dann haben wir wieder. Okay. Und dann hauen wir auch hier zwei Bäume weg. Und dann lassen wir auch noch ein bisschen Plant Gathering machen. Hier und direkt vor der Haustüre. So. Euch beide schmeiße ich mal aus dem Job raus. Okay, ihr macht trotzdem weiter. Ich habe wohl einfach gerade keine Lust zu graben. Ich meine, ihr solltet jetzt eigentlich graben können. Hm. Hm. Also unsere beiden Jaks, die grasen da schon mal. Ah, jetzt. Jetzt fangen sie an. Jedenfalls einer von beiden. Also entweder... Naja, entweder war ihnen das Tragen wichtiger. Wir sehen, was haben wir hier drin noch. Was sagt unser Karren? Der sieht leer aus. Jo. Das heißt, wir können ihn abreißen. Nochmal kurz in unser Task-Menü gucken. Da sind Tasks zu sehen, was so alles noch erledigt werden muss. Und wer sich gerade drum kümmert. Aber ich wollte eigentlich... Gucken, was mein General... Ich kann mir das hier in seinen Details ansehen. Leber. Ich kann mir das hier in seinen Details ansehen.